recht herzlich willkommen zur 108 folge von ground age medible wir haben letztes mal irgendwo schon die ersten truppen weggeschickt weil die total demoralisiert waren wir haben interessanterweise jetzt gerade 22.000 wir hatten letztes mal meine 50 miese fast ok dann aber mal hurtig dahin und gucken was da los ist vielleicht können wir was erreichen genau weil ich habe man den nicht aufgelöst ab ins wirzhaus haben wir doch gesagt oder ok da kam tatsächlich nur drei truppen aus und sind dann den nächsten die gleich kaputt gehen aber das ist also der truppen ohne ende da stehen sie und da stehen sie was wollen wir machen 83.000 und hier sind es nur noch 12.000 die stadt haben wir bald verloren ja was wollen wir machen aber schlechte karten wo gibt es da truppen jetzt mehr sind die rausgekommen dann lasst ihn mal nach so viel gehen was da los ist jetzt jetzt ist noch quasi mir unterwegs der krassen wir oder wie weiß ich jetzt auch nicht mehr wer ist quasi mir war doch schon richtig besser hier quasi mir quasi mir kommen wir mal da rein und hier ist es identisch doof macht das weg und dann ist auch schon erledigt mit dieser stadt gehen wir dahin ja und dann soviel ist schon angegriffen und schon erledigt das ist jetzt wirklich nur so ein paar truppen gewesen hier noch welche raus gut gucken wir mal eine einheit noch aufrufen so ja da können wir nichts machen hier geht was zwölf einheiten weg das ist jetzt auch nicht der preis das brot ist teuer keramik wäre noch günstig sieben einheiten dazugeholt das lohnt nicht weiter geht's einmal noch jetzt mehr bitte ein bisschen was verkaufen passt weil er sind günstig war kein geld ok mauer so da geht noch was zu verkaufen aber richtig viel hier alles weg respekt da auch das lohnt alle nicht ne hier 55 ist günstig kommen wir ein bis wir nicht mehr können sonst noch einen preis der ja den jetzt hier aber da haben wir schon genug von gut gehen wir mal zurück kommt da noch einer raus alles gleich erledigt naja zähne kaufen ein guter preis 75 weg honig können wir noch zukaufen hier geht auf jeden fall was weg 65 hier können wir noch was zu aber nicht viel zu kaufen vier stück nur hier geht noch was weg aber nur zwei so das war es dann da obwohl wir können erst nach konstantinopel gehen und gucken so kommt da nur einer raus sondern nicht mehr rekruten fehlen alles klar dann wird das wohl nichts mehr weil da ist 9000 laufen irgendwo noch einheiten ich glaube nicht mehr haben wir verloren die stadt das war es dann da gut gucken was wir hier noch verkaufen können die fünf gehen weg es lohnt nicht es lohnt nicht 80 für 77 kann man da den honig noch kaufen du glaubst es nicht ne ja zuck hier geht was 35 von weg das lohnt nicht das war nicht der top preis das bier ist günstig ohne ich könnte nur beikaufen aber geht dann auch gleich schon hoch kann man also beklassen der fisch ist günstig hier lohnt nicht wirklich hoch geht auch gleich hoch und letztendlich das teurer ja das war's betreide ist mit 790 günstigen immer noch so lange mit so nächste stadt und jetzt mal gleich hier den längens verloren geht gleich hoch lohnt also nicht ja dann ist auch nicht lohnenswert geht nicht geht nicht hier geht noch was immer los und das geht auch das lohnt noch nicht da geht was ok sind wir so los es lohnt nicht da lohnt was alles weg krass hier können wir sogar noch zukaufen ja honig noch mitnehmen ach so der fisch nein das lohnt aber nicht da kommen wir auch das morgen mit kohle auffüllen obwohl 56 gibt es da nur von reicht erstmal dann dahin und da kriegen wir nichts mehr hin na das ist jetzt die verlorene stadt so ein shit so bier weg pfälle gehen ein paar aber nicht viele passt honig jetzt ein fisch geht auch geht wo alles da geht auch was 22 das lohnt nicht da können wir noch eher zukaufen die keramik ist super billig hier geht noch 5 weg hier geht auch noch was weg so wein ist billig und kam ich auch die haben wir gekauft läuft so gehen wir weiter das kriegen wir ja nicht gestoppt hier fehlen halt die rekruten da ist drauf gelaufen kriegen wir nicht hin gut lohnt alles nicht hier geht was 50 weg 4 da das war billig das kommen wir zu gerade mal zähne erhalten da geht gleich runter der preis aber hier einer geht zähne davon lohnt nicht lohnt ja das war es dann hier nächste stadt dahin und die stadt ist gleich verloren und dann jetzt hin ausgeschlossen das kruten fehlen keine reserve das war es dann halt nur die stadt verloren gegen den und wollten da unten eigentlich eine erst noch erobern läuft schlecht so ja das lohnt alle nicht hier wenn man es los damit koffe früchte werden mal los aber nicht viel sechs stück nur aber das lohnt nicht das wird auch nicht sein aber hier geht was alles sogar da kommen wir was los werden haben wir weg zwei weg so jetzt zu kaufen lohnt nicht und auch nicht verkauft ja was das die stadt ist erledigt ja da kommen wahrscheinlich nicht mehr in der wahl belagert dann gehen wir wieder zurück und gucken dass wir im nord noch schaffen und nicht das lohnt auch nicht das körper kaufen er geht was zwölf einheiten weg können was zukaufen das wäre verkaufen aber lohnenswert ist es auch nicht zu kaufen und der rest lohnt nicht ja dann können wir gehen und schicken wir da hoch und da unten ist es gefallen oder war noch nicht ganz aber bald gut händler kommt hier oben an so da ist er wir kommen ein bisschen zu kaufen sechs stück wo das auch günstig steigt aber auch gleich drei stück dazu hier ist günstig fälle könnte man noch verkaufen aber sieht man wie viel dann lohnt also eigentlich auch nicht acht dazu das ist teuer den fisch können wir verkaufen komplett weg gut ob es geht genauso gut hier sehr schön auch komplett weg haben sind billig oder teuer ich weiß nicht lassen wir weg da kommen los werden da geht auch was los das lohnt nicht das war schon 77 plus so auf zur nächsten stadt jetzt kommen wir hier noch gerade wo ist es da unten ja 3600 aber ich würde sagen für die folge soll es erst reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss dass j Vielen Dank.